Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Ruhestattung. Vielleicht sehen wir Ihnen hier alle wieder. Ich versuche mich hier ganz heimlich zu verdrücken. Keine großen Worte. Tschüss für die Eins, für die Zwei. Tschüss, alle darstellen. Tschüss, Schüler. Tschüss. Kunstprofilen. Liebe Kollegen, tschüss. Irgendjemand fehlt mir. Wer hat denn noch? Den Mann, was ist denn hier? Was ist denn da? Wo ist die Achtung? Vielleicht hören wir sie. Und sie waren alle in der gleichen Bühne, in der mehr oder weniger Zeit. Und sie waren alle frei. Und sie waren alle fragen sich die gleiche Frage. Was ist hinter dem Kürtchen? Die Achtung. Die Achtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.